Beim Bauma-Mediendialog Ende Januar in München haben mehr als 200 Unternehmen der internationalen Fachpresse ihre Bauma-Highlights vorgestellt. Uns haben Aussteller verraten, warum man einen Besuch an ihrem Messestand nicht verpassen sollte. Das Motto von Liebherr auf der Messe wird sein Together Now and Tomorrow und dafür brauchen wir definitiv auch die Kunden vor Ort, die mit uns in den Dialog gehen, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen. Und deswegen freuen wir uns auf viele Besucher auch am Liebherr-Stand. Die Bauma 2019 wird für Zeppelin und Caterpillar ganz im Zeichen von der Digitalisierung und der neuen Generation von Kettenbaggern stehen. Wir werden im Bereich 1-2 Tonnen neue Mini-Bagger vorstellen, im Bereich 8-10 Tonnen neue kompakte Mini-Bagger vorstellen. Wir werden die Linie der Kettenbagger der nächsten Generation vervollständigen und wir werden viele interessante, kleine und große Lösungen zum Thema Digitalisierung präsentieren. So viel darf ich Ihnen schon zu verraten und ich verrate Ihnen damit nicht zu viel. Bei Zeppelin Rental gibt es einen begehbaren Showroom mit 270 Grad LED-Screens, der unser komplettes Leistungsportfolio von der Maschinen- und Gerätevermietung über die temporäre Infrastruktur bis zur Baulogistik in 3D präsentiert wird. CASE lädt interessierte Kunden auf die neue Position im Außengelände Nord ein, um sich davon zu überzeugen, dass CASE mehr bietet. Integrierte Lösungen für unsere Kunden, die ihn in der täglichen Arbeit unterstützen. Hitachi wird auf der Bauma 2019 im Rahmen des European Application Center kundenorientierte Sondermaschinenlösungen vorstellen. Besuchen Sie unseren Großhydraulik-Bagger PC4000 auf der Bauma 2019 im Fokus der Bauma 2019 steht für uns das Thema Produktivitätssteigerung auf der Baustelle im Bereich Schalung und Ortbeton. Das bezieht sich auf Produkte, aber auch auf Dienstleistungen. Genauso wichtig ist uns aber auch der Faktor Mensch, das heißt die Begeisterung der Dokamannschaft, die unsere Kunden und Besucher bestimmt spüren werden. Wir von Volvo Construction Equipment freuen uns über ihren Besuch bei uns auf dem Freigelände. Und zwar werden wir hier unseren neuen kleinen Straßenfertiger vorstellen, den P2820D und den P2870D. Kommen Sie auf jeden Fall zu Wirtgen GmbH. Wir zeigen unsere neue Großgräsengeneration, die sogenannte F-Series, die auch für den Bauma Innovationspreis nominiert ist. Das können sich alles im Technologiecenter genau angucken, anfassen und erleben. Es lohnt sich. Die Bauma ist immer das große Schaufenster für neue Entwicklungen. Und bei Hamm haben wir uns deshalb auch wieder vorgenommen, alles zu zeigen, was in der Verdichtung wichtig ist. Vom Arbeitsplatz bis über die Baustelle bis zur Technik. Und alles das zeigen wir auf der Bauma. Deshalb ist die Bauma immer etwas Besonderes, wenn man wissen möchte, wo die Entwicklung in diesem Bereich hingeht. Also auf den Vögelestand sollte man unbedingt kommen, weil wir eine ganze Menge Innovationen haben, unter anderem mit unserem Super 3000, den größten Straßenfertiger, den es auf der ganzen Welt gibt. 18 Meter Einbaubreite. Wir zeigen die breiteste Palette von Anlagen asphaltseitig auf der Bauma. Zusätzlich noch Beton, die CB 130 von unserer Schwesterfirma Elba und die komplette Palette, was Ammann den Asphalt zu bieten hat. Von der Value-Tech angefangen, die wir neu ausstellen hier auf der Bauma, bis zur Universal- und bis zur HRT-Technik mit der Gegensturmparäueltrommel. 2019 feiert Ammann 150 Jahre der Innovation und wir möchten nicht nur die letzten 150 Jahre der Innovation zeigen, sondern auch die neuen Sachen, die jetzt in der zukünftigen Zeit gezeigt und auf den Markt gebracht werden. Und zu diesem Event und gerade bei der Bauma zeigt Ammann eine nagelneue Reihe von hydrostatischen und reversierbaren Rüttelplatten. Wir werden eine neue knickgelenkte Tandemwalze vorführen, eine neue hydrostatische Gummiradwalze vorführen. Wir haben schmellgelenkte Walzen und eine ganz neue Reihe von Walzenzügen zwischen 7 und 17 Tonnen, die auf den Markt kommen werden in 2019. Ja, die Buma wird dieses Jahr in allen Kategorien wieder Neuigkeiten auf der Bauma bringen. Ein großes Highlight ist sicherlich der Umweltschutz mit unserem Feinstaubproduzierungssystem, mit neuen Antriebstechniken, mit komplett neuen Maschinen und Plattformen, aber natürlich auch mit digitalen Lösungen für den Service. Also es lohnt sich dann, unseren Stand zu besuchen. So at FAYA, we welcome you on our 6300 square meter exhibition area during Bauma München 2019. We think further and we showcase some world premier. Marini with its new Express 2000, a complete asphalt plant in just two trailers and the plug-and-play system. Marini Armand with the new Explorer, a patented hyper-transferable asphalt plant based on containers with on-board intelligence. Our two plants from 0 to 100% WRAP, Marini Master Tower a batch plant, and Marini Armand TRX 100% Continuous. Also Dynapack with digital solutions, Dynalink, Truck Assist, Set Assist, Mat Manager, Dynapack FATW Mini Paver with gas heated vibrating screed for small job sites. Dynapack FATW Mini Paver, Marini Armand TRX 100% WRAP, 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 Marini Armand TRX